also leute jetzt mal hand aufs herz habt ihr schon mal einen geist gesehen oder vielleicht ein ufo hattet ihr schon mal eine schlimme vorahnung oder eine gute und das was ihr geahnt habt ist dann wirklich eingetroffen glaubt ihr an bigfoot oder den yeti anessi oder an kobolde und andere fabelwesen seid ihr der meinung dass es auf unserem planet noch mehr gibt als das was wir mit unserem bloßen auge wahrnehmen können dass wir in den unendlichen weiten des universums nicht alleine sind dann seid ihr hier bei uns genau richtig denn unser kleiner podcast hier beschäftigt sich genau mit diesen dingen wir sind keine wissenschaftler oder parapsychologen wir sind einfach nur neugierig fangen doch einfach mal von vorne an du hast ich möchte gar nichts vorweg nehmen erzählt einfach erlebt hast von anfang an also das war so ein da war ich halt das waren 1990 war das und da war so wir hatten in thüringen in so einem block gewohnt in so einem ja in so einem in so einem plattenbau war das und und da war so und da habe ich ja halt oben drüber so immer mal sterne gesehen die halt da waren und diese sterne waren halt nie vorher da also das waren so so ja wie kann man sagen so 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 etwas größeres so wie wie sie sie sich am himmel zum beispiel ja und und das eine mal war also ich jedes mal wenn ich dann wieder hingeguckt habe wenn ich mal woanders hingeguckt habe ich war nachts halt immer sehr oft wach also immer um dieselbe zeit war ich irgendwie immer wach und da waren halt diese sterne immer da und diese sterne die haben dann das war einmal direkt über dem haus drüber ist dann entschuldige bitte ganz kurz und kannst du dich erinnern welche uhrzeit das immer war das waren so sagen wir mal wenn es so halb eins bis drei uhr so ungefähr in dem dreh rum immer war und es war so dass man da diesen stern über mir gesehen haben und dieser stern machte plötzlich machte sich jetzt so so auseinander also so aus dem einstern worden drei so richtig so sowie im dreieck also so aneinander gereiht möchte noch mal kurz unterbrechen wenn du sagst dieser stern den du gesehen hast war das was was du beobachtet hast das vorher nicht da war und dann irgendwann plötzlich da war und ja genau eindeutig was anderes war und für über welchen zeit also wann ist der erschienen und wie lange hast du den beobachten können bis diesem phänomen wo sich geteilt also das war um das war so er hat sogar zwei minuten war der als normaler stern da und ich habe jetzt nicht über mehrere tage hast du ihn gesehen sondern du hast ihn in einer nacht war der plötzlich da und das ist auch passiert okay ja genau das problem war immer weil ich war öfter nachts wach und dann habe ich halt immer aus dem fenster geschaut weil wir in die wir hatten nicht weit von uns hatten ja so ein damals damaliges armee gelände und da haben die immer mit leuchtkugeln geschossen und das habe ich mir immer gerne angeguckt aber die waren ja so die 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 wurden ja nach und dann daraus gefeuert aus panzern oder so ja und auf jeden fall waren dann und dieser dieser sterne waren dann hat immer irgendwo woanders wir hatten so einen berg und großen da war der mal drüber und dann einen tag später war der genau über uns im haus da und dann habe ich halt längere zeit hingeguckt und dieser stern hat sich halt dann geteilt also zwei minuten später wurden es dann irgendwie drei sterne und dann so zusammen mal so 30 sekunden später ging das wieder zusammen also zu einem stern und dann und dann also dann später ist dann der 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 stern also wie als wenn man beim pillard mit der zweiten kugel der weißen kugel auf dieses dreieck schießt okay so schnell auseinander also so also wie jetzt wenn die weiße kugel dann auf das auch die bunten kugel trifft und diese halt in sämtliche himmelsrichtung auseinander springen und so war das dann aber halt lautlos na also dann war der stern weg ich unterbreche noch mal kurz sehr interessant bis dahin diese kugel die du gesehen hast die hat geleuchtet und ausgesehen wie ein stern jetzt also es weiß ja genau und von der größe her ungewöhnlich größer als ja ja das schon schon ein sehr heller stern ich habe immer so gedacht so so als kind denkt man auch der polar stern und aber aber da wie hatten also richtung osten geguckt aus dem fenster und der war aber dann im osten dann war er mal direkt über uns und es war komisch als wenn der dann immer und ich bin halt immer irgendwie seitdem seit diesem erlebnis bin ich halt immer wieder aufgewacht und dieselbe uhr zeit so zwei uhr dreißig drei uhr bis drei uhr dreißig ungefähr und und dann war er immer da er war immer da und auf jeden fall dann bin ich halt ich habe das nicht weiter so für voll genommen damals und was du warst wie alt was ist jetzt vorhin gesagt ich habe es gar nicht mitbekommen ja ich war sieben sieben genau und diese kugel war gefärbt also die farbe wie ein stern und hat geleuchtet wie ein stern wenn wir jetzt neben heißt ja die mann schneeweiß müsstest du jetzt diese kugel vergleichen mit dem größten stern den jetzt so im himmel beobachten können wie viel größer ist er ist diese kugel gewesen ist es wesentlich größer gewesen oder ist es ähnlich wie der größte stern den du jetzt kennst es war wahrscheinlich nicht so groß wie der mond sage ich jetzt mal wenn also also der größte stern den ich jetzt am himmel sie jetzt am winternachthimmel ist ja ist sirius ja und und sirius ist dann rein theoretisch um also der ist dann ja sagen wir mal zwei oder dreimal so groß war dieser stern halt also doch deutlich größer auf jeden fall ja und er hat auch nicht geflackert wie anderen weil viele tun ja immer so flackern wegen dem wegen der wärme und wegen der luftschichten halt aber dieser hat gar nicht geflackert und der ja bis er sich geteilt hat so auseinander ist hat er sich bis dahin irgendwie bewegt oder war er ganz still am himmel gestanden der war ganz still am himmel gestanden und einschalten wenn du jetzt das objekt ihr von inneren auge vorstellst hättest du es mit dem daumen in 90 grad winkel nach oben abdecken können mit dem daumen oder wäre es größer gewesen als den daumen also wenn ich den daumen ausgestreckt habe hätte also hätte es verdeckt ja und genau und das war hatten meine erste richtung wo ich hatte und dann wurde zeit sehr skurril sagen wir mal so also ich bin ich bin ich bin paar paar monate das war dann so ja so gegen weihnachten war das ich musste ja immer den müll raus bringen und und da war da wirklich also als kind sozusagen war war ich dann sehr überrascht und froh darüber aber ich habe tatsächlich den weihnachtsmann gesehen und da sind wir an der stelle ich ich habe es vorhin gesagt ich musste ein bisschen schmunzeln dass es mir als erstes zuerst erzählt hast vor einer weile schon ein paar tagen es ist ich nehme das aber absolut ernst es klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen zuhörer lustig wenn er sagt hat den weihnachtsmann da plötzlich stehen sehen und es war auch vielleicht war sie auch der der onkel den sich da hinten umgezogen hat aber es war ja noch nicht weihnachten es war noch nicht zeit für den weihnachtsmann so jetzt muss man dazu sagen dass vielleicht etwas ganz anderes war was wirklich erschreckendes war und in deiner erinnerung wird es spiegelt als dieser weihnachtsmann den du ja als was gutes empfunden hast also sein gehirn ja schützt schützt dich dein gehirn schützt sich selbst vor was ganz schlimmen in dem alter was du ja 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 also ich habe das ja auch damals ich habe mich ja gefreut ihn zu sehen und und ich habe ihn halt sachen gefragt und so und so aber hat er nicht geantwortet und so und er hat halt einfach nur die die hand gehoben sozusagen richtung himmel und da waren wieder diese drei sterne halt nur diese drei sterne die halt weg geflogen sind die habe ich halt beobachtet die waren weg und der weihnachtsmann war auch weg also du hast genau dasselbe noch mal beobachten können nur hat diese 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 figur dich darauf hingewiesen dass es da ist diesmal genau genau ist von alleine wahrscheinlich hochgeguckt weil du auch ne genau genau weil ich ja den ich hatte denn die gemülltüte in der hand wir hatten diese großen container und bei diesem container stand er und hat hoch gezeigt und hat gesagt guck da also so schau da hin ja und dann sind die grad aneinander also die waren wieder drei und sind sozusagen in sich zusammen gedreht also haben sich dann gedreht und sind halt wieder weg also so also auseinander das heißt ja irgendjemand oder irgendetwas wollte dass du siehst was da vor sich geht hast du genau genau das habe ich nämlich auch dass dieses also das war sehr skurril und ich habe halt damals gesagt ja ich habe dann überall hoch rumgezählt rum erzählt ich habe den weihnachtsmann gesehen und so und so und er hat auch sein schlitten gezeigt und sowas ne und und jeder natürlich so ja natürlich ja also man stelle sich einmal war man stelle sich einmal war er hättest du hättest du warst damals sieben jahre alt oder oder sieben jahre alt ja du hättest dort vielleicht es war er war groß oder es war so wieder von der größe her war groß ja da verstehe ich das schon irgendwie weil wie gesagt ich bin ja doch schon ein paar jahre dabei und habe auch menschen die solche erfahrungen hatten mit besuchern und auch in jungen jahren und die hatten auch traumata als jeder plötzlichen doll gray so wie es halt und das auch oft dann bei hypnosen eben ursprüngungen wo das wieder hoch kommt die sind dann verstört du darfst dich aber daran erinnern und was ist ein schöneres als für ein kind das da der nikolaus oder weihnachtsmann gerade steht ja also es ist vielleicht auch eine art von ja wir wollen dir ja nicht schaden sondern wir wollen die hofer etwas hinweist ich finde das faszinierend und ich glaubte das sogar es ist es klingt das klingt wirklich natürlich absurd also dass das ist ja ja da werden viele sagen ja klar ja aber aber sowas ausdenken und dass du darüber sprichst ja und dann halt und dann halt blöd waren dann halt wirklich diesen diesen nächtlichen schlafstörungen die ich dann dadurch hatte nur diese dass ich dass ich wirklich sachen geträumt habe also die will man nicht träumen also das sind so 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 dass der also der weihnachtsmann hatte dann plötzlich so wie so wie so eine lange finger und so wie er dann halt auf das objekt gezeigt hat und so und ich habe dann halt immer gesagt der weihnachtsmann und und der der also der ich habe angst vor dem und so wie auch wir hatten ja in der gdr war sie immer so möglich dass irgendjemand immer den weihnachtsmann gespielt hat für die kinder halt in den häusern natürlich ist ja und kannst du von dir von so einem traum kannst du so einen traum mal genauer erzählen weil du sagst ja dann auf einmal lange finger bekommen haben sind auch nicht nur die finger verändert sondern auch komplett die gestalt verändert ja die 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 gestalt hat sich schon verändert in sehen also das waren diese diese hätte diese jetzt will ich mal wirklich sagen klischee die grauen mit dem großen genau genau die halt die aber die augen waren nicht ganz so groß das waren so die waren zwar schwarz na total aber die waren halt nichts an zu groß auch nicht viel größer als unsere aber die waren halt so so die haben hatte richtig lange finger gehabt also vier davon und und das waren so so also richtig blöd also das habe ich dann halt geträumt und dann in einem traum habe ich halt dann in also so wie so ein ja wenn man sagen so wie so ein raumschiff gesehen was ich ja damals aufgemalt habe mit sieben jahren und also ich habe mir ja alles aufgehoben da das bilder habe ich gesehen ja gibt es die bilder auch also gibt es noch die kann man ja die gibt es noch ja ja noch eine kurze frage bevor wir weitermachen hast du bis zu diesem zeitpunkt du hast du hast gesagt du hast von so einem nennen wir jetzt einfach mal so einen grauen und männchen geträumt so ein typischen außerirdischen wie wir die uns vorstellen so jetzt hast du vorher du warst ja sieben erst hast du vorher schon mal so was gesehen in einem film oder in comic oder nein nein also in es ich weiß noch dass 1992 so ein so ein alien film total brutal rauskam der hieß damals intruders oder so in der gewalt von außerirdischen und er kam ja 92 und das war ja 1990 und ich habe auch diesen film damals nicht zur sicht bekommen ja also es war so ja also also das war ja dann aber die design auch die waren so in dem film die waren so sehr künstlich halt die waren dann aber da hat man gesehen da ist was aufgesetzt worden oder oder so aber es war schon irgendwie so ähnlich und und also also ja erwähnt was ganz kurz im intruders das passiert ja auch auf zeugenaussagen der film ist low budget also möchte ich jetzt nicht mit ein steven king steven king sage stevens kripp film vergleich ja möglich aber da gibt es ja auch die szene wo die dame statt den besuchern haben wir mal so müllmänner gesehen hat und ja das war nicht oder elektriker elektriker und sogar sogar ihren wagen ja mit den lichtern dabei war das ja nicht der wagen deswegen kauf ich das absolut ab mit diesen mit diesen weihnachtsmann weil das ist nichts neues dass die leute andere wesen also die wesen in anderer form wahrnehmen nur das habe ich noch nie gehört und das ist faszinierend gerade bin ich ja so ja und ja genau und dann habe ich halt dann dann habe ich halt immer wieder schlafstörungen gehabt und so und so und habe dann immer erzählt ich hatte richtig angst vor luftballons die so aufgeblasen sind weil die so ausgesandert wie dieser kopf halt so wenn die so richtig aufgeblasen waren dann hatten die diese schädel wie diese halt aussahen und so ich habe dann immer panik vor diesen luftballons gehabt oder wenn mich zum beispiel ein pferd angeguckt hat dann da war ich auch total panisch wegen diesen augen wahrscheinlich ja ja genau und und ich bin dann einmal ich bin dann mein verhalten war dann ziemlich komisch und und ich war halt immer nur der träume in der seh in der hinsicht und und dann vier jahre später das war dann 94 war ich bei meinen eltern bei meinen großeltern zu besuchen sollte halt ins bett gehen und so und und da war ich elf genau und da war das so dass ich da dass sie gesagt ja du gehst ins bett du machst du so und so macht sich fertig und so und als ich dann dann ins bett bin das war von meinem onkel damals der so ein großes zimmer standen ganz blöd jetzt jetzt gesagt standen da pinguine so 1 1 40 groß 1 30 groß also die die waren nicht sehr groß und die haben halt mich angestarrt und ich habe halt gedacht oh mein gott die die gucken mich jetzt an oder so und ich habe dann immer gesagt die sind nicht wirklich da die sind nicht wirklich da ich habe mich dann unter der bettdecke versteckt und so augen zu und dann weiß ich nur noch dass die bettdecke irgendwie entzogen wurde wie als wenn einer dran zieht und dann und dann wollte ich halt schreien und mein opa rufen aber ich weiß nicht ob er es gehört hat und dann bin ich halt morgens aufgewacht da war es hell und wieder möchte ich sagen also für mich ist ja wirklich für mich ist ja wirklich fakt dass dein gehirn versucht hat dich vor großem schaden zu bewahren oder sich selbst vor großem schaden zu bewahren vor großem schaden zu bewahren hat diese was immer es auch ist was du nicht kennst was dich wahrscheinlich zu die tode erschreckt hätte als was harmloses darzustellen genau da bin ich etwas anders der meinung glaubt dass die das auch richtig macht damit damit der mensch eben kein schaden ich habe ich habe unter den unter diesen elf ja es in 1 insgesamt 15 aber unter diesen elf erfahrenen nämlich wirklich glaube kommen immer eulen vor also die eulen sind eine eule vom fenster oder die eule im zimmer also dass mit dass eine vogelart vorkommt ist mir nicht neu pinguin ist mir neu ja aber vogelarten mal größer hier ja aber die eule ist das die eule kommt auch sehr oft vor bin ich gespannt was da noch kommt und ich bin fasziniert genau und dann habe ich halt nächsten morgen habe ich mein opa dann halt gesagt ja da waren pinguine im zimmer und er so ja du hast schlecht geträumt und na das ist aber er hat bloß hat gemerkt weil er ja am abend zuvor das fenster zugemacht hat das war halt offen und ich kam halt ich war halt schon immer sehr sehr klein und kam halt nicht ran und da hat er sich gefragt warum das fenster halt offen war und dann habe ich mir gesagt nee ich habe es nicht aufgemacht er hat gesagt naja gut keine ahnung vielleicht windstoß oder so das ist kann ja alles sein und naja und auf jeden fall habe ich dann wieder so richtig schlecht geträumt also von wirklich die die halt über also diesmal war es aber nicht nur einfach die kreatur die da war sondern mehrere also es waren halt wirklich mehrere und die haben da wirklich sich wie wie die finger sie haben sie für die finger an an mir über den körper fahren lassen und und das war sowie als wenn die interessiert werden irgendwie das ja und dann habe ich wirklich japanische angst vom zahnarzt bekommen weil das licht im gesicht und dann plötzlich über über mir und ich bin also ich war ich bin immer mehr panisch geworden also überhaupt und und dann also dieses licht zahnarzt hatte ich vermutlich im unterbewusstsein an irgendwas erinnert genau genau dass du auch so ja wahrscheinlich was erlebt mit so einem licht von oben ja ja genau und und ich habe dann auch ich bin dann halt immer mehr ich habe dann auch in bin dann komisch geworden und habe dann in der schule auch andere zum beispiel ein vorfall wo ich dann bei der schule halt so ein bisschen probleme hatte das war so ein wie so ein da war ein mädel halt und und wir und ihr habt da so auf der liege gelegen und ich habe halt so eine so eine art so einen stift genommen und ihr in die nase geschoben so nach dem motto als erinnerung wenn die das mit mir machen mache ich das mit denen mit den schulkameraden auch oder so ne das ist ja wirklich also hast hast du ne war das so eine unterbewusste aktion das mit dem in die nase schieben oder hast du da wirklich dich an irgendetwas erinnert dass du auch so also ich habe mich in dem moment wo die da gelegen hat habe ich mich als man würde heute sagen flashback ja und und die hat da gelegen und ich habe da dann halt diesen bleistift in der hand gehabt und habe dann halt habe sie so in die augen geguckt und die hat mich angst erfüllt angeguckt ich habe mir dann halt diesen stift in die nase gesteckt in dem moment wo ich das gemacht habe habe ich halt gedacht okay wenn die das mit mir machen mache ich das mit den anderen auch und ich habe mehr habe ich dann halt nicht dann und ich weiß nur dass sie noch aus der nase geblutet hat und so und ich bin dann halt erst mal in so einer kinderpsychiatrie oder sowas ja und und das verhalten wir total am am hintern kann man so sagen hast du in dieser du kannst ruhig im arsch sagen kein problem hast wurde in dieser psychiatrie oder in dieser kinderpsychologie wurde das dort aufgearbeitet was du erlebt hast halt konntest du hattest die chance dazu erzählen was du erlebt hast oder hast du das dort nicht erzählt und wenn ja was wurde dir da gesagt ich habe nur erzählt was ich gesehen habe und die ärzte die haben gesagt okay es ist eine form von schizophrenie aber aber das jetzt im kindesalter ist halt sehr komisch selten kommt mir gar nicht vor und und die haben die verantwortung auf einen arzt in wiesbaden gegeben und und er hat sich das dann irgendwie angeguckt und ich habe das gefühl gehabt er hat mir als einziger geglaubt die geschichten und dem zeitpunkt wie alt warst du da zu dem zeitpunkt also ich war zwölf war ich kurz nach dem vorfall bei deinen großeltern ja ja ich habe dann schon so beruhigungsmittel hauptsächlich dass ich schlafen kann habe ich dass ich nachts geschlafen habe habe ich dann solche medikamente bekommen die halt sehr dermaßen müde machen ja wie ging es dann weiter bei dir ja also nachdem nachdem war wieder eine weile ruhe also ich habe dann immer nur nur gesehen dass irgendwie lichte aufgetaucht sind am himmel aber da habe ich immer gesagt so ja okay und da war ich das war zu meinem 18 geburtstag da waren wir halt so ja so ein paar mädels und ein paar jungs und wir waren halt ein bisschen angetrunken kann man mal sagen und dann kamen die mädels auf eine idee so eine geisterbeschwörung wenn mit so einem beecherbrett zu machen und dann haben die gesagt ja macht man das mal mit und ich so naja gut geister okay vielleicht kann ja was dran sein oder so und so und was das für ein ding ist hast du davon schon gewusst von diesem weecherbrett ja ich habe doch ich habe immer mal was gehackt von von hexenbrett gehört und so und so wo da buchstaben drauf sind bei uns besser bekannt war es halt unter gläserrücken der klassiker aber du hast das noch nie gemacht vorher war das dein erstes mal an dem abend oder ja das war ich wollte eigentlich mehr oder weniger nur zugucken und und habe dann gesagt ja tut das mal mit drauf und tut doch mal deinen finger mit drauf und ich so ja gut wenn ihr wollt und die haben halt gefragt und ist da jemand da und dann war wirklich hat sich dieses glas in eine in eine richtung gedreht von ja also von j und also aber nie weil da stand ja auch ja und nein hätte ja machen können und aber das hatte nie auf jetzt nein oder ja sondern immer nur ob j oder n oder so ne und jeder durfte halt meine frage stellen und irgendwann kam ich halt auf diesen trichter das ist da habe ich dann ich habe eine frage gestellt und dann habe ich die frage stellt ihr seid überhaupt keine geist da kann das sein und dann plötzlich hat die lampe geflaggert und ich so okay es sind keine geister dieser doch dass das ist die das sind dämonen oder sonst sowas was die gesagt haben die müssen aufhören ich habe genau gewusst es sind keine geister also entweder haben die das keine ahnung wie also die haben dann sehr ja ich bin es ist so keine ahnung wie ich das wusste oder solch ich wusste in dem sind ja gar nicht aber ich dachte du hattest eine situation hast du einfach gefühlt dass das interdimensional ist ja wenn ich es richtig verstehe dass das interdimensional wäre mit dir kontakt aufnehmen wollte das war nur bei dir der fall ja ich habe auch ich habe irgendwie habe ich gewusst ihr seid keine eister die jetzt gerade hier uns mit uns teleportieren oder oder telegrafieren oder so und dann plötzlich hat die lampe gewackelt und für die mädchen war es halt klar ja es muss und dann dann haben sie die die ganze zeit da willst du sich über die lampe mit uns unterhalten dass die lampe hat flackert und dann hat die lampe hat wieder geflackert und es ist so das war schon und draußen war halt so ich habe halt ich wusste irgendwie nach draußen gucken ich bin ans fenster gegangen und dann habe ich aber nichts gesehen und die hatten so ein haus war das mit garten und und ich bin dann und die haben so eine tür gehabt von der küche in den garten rein und dann weiß ich nur dass dann wirklich wie so eine art großer hund stand also die eine hat dann gesagt das ist der hund vom nachbar oder den großen schwarzen hund nee der ist eigentlich nur der ist eine schäferhund so ein bisschen aber der sah aus wie so eine art wolf und und so auf jeden fall hat er geknurrt und gesagt nee weiter raus gehe ich nicht weil nicht dass er mich anfällt und sonst was und und dann sind wir wieder reingegangen und dann hat er die ganze zeit vor der tür gesessen also die jetzt ganz 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 kurz noch mal dazu und das ist wahnsinn hast du den hund alleine gesehen dann oder haben die anderen auch gesehen diesen hund also die anderen haben ihn auch gesehen und ich habe nur noch dann irgendwann dann ging das ja los mit sms schreiben und so wie wo ich dann 19 20 war dann habe ich irgendwann von der einen noch eine nachricht bekommen per sms damals du das damals war kein hund und ich war jemals damals jemals jemand in dieser ortschaft gestorben nee also da war also also da war nichts bekannt ob da jetzt jemand gestorben ist oder so und so nur dass da dieser hund gesessen gesessen habe und ich habe nur gesagt dass also keine ahnung das war jetzt so ein sehr komisches ereignis was jetzt nichts mit denen glaube ich zu tun hat oder vielleicht ja doch ich weiß es nicht zu dieser eine frage hätte ich eine frage hätte ich dazu noch das war währenddessen ihr besser gerückt habt ja und dann war das mit dem hund danach habt ihr das aber beendet oder mit dem bläserrücken ja das war aus hatte ich ja gut er war damals jung ob die verabschiedung wird nicht so richtig gewesen sein ist egal aber interessant also im himmel war nicht zu sehen aber dieser hund war plötzlich da und er war ja genau ok und er hat wirklich ruhig wo ich dann dass die tür aufgemacht er hatte gekläft wie sauer also es war so richtig man hat richtig gesehen wie auch dann habe ich gedacht oh gott hat bestimmt toll gut oder so der ist jetzt in deinem garten und die hatten auch angst die haben die tür halt zu geschlossen und und so aber der war dann nicht mehr bösartig hat dann nur noch da gesessen und nächsten wir sind dann irgendwie eingeschlafen was ist auf der couch im wohnzimmer dann und dann war halt nächsten tag nicht mehr da noch mal zu dieser sms zu bekommen hast du es bekommen mit dem inhalt damals das war gar kein hund wie viel später wie viel später kam diese sms nach dem erlebnis zwei jahre zwei jahre danach kam kam ihr aus dem himmel oder habt ihr wieder von diesem thema gesprochen gehabt oder also ich habe mit ihr dann weil sie in der parallel klasse dann war ich war dann in so eine art berufsvorbereitungsjahr und sie war dann halt in der parallel klasse hat mich erkannt und so und hat dann gesagt ja da war ja handys in dieses nokia 32 10 da ja jeder und jeder hatte das und so und dann kriegt dein handynummer und so und so ja klar wir kennen uns ja eigentlich von von früher und und dann hat sie wir haben uns drei sätze geschrieben und nach dem dritten satz kam halt die sms so dass damals war kein hund und und das machte mich ein bisschen stutzig so und dann habe ich sie gefragt was war es denn deiner meinung nach und dann hatte sie gesagt dass da stand was anderes draußen also das kann sie sich halt nicht erklären also habt ihr noch mal so eine session gemacht mit so einem die so eine gläserrückensession sage ich jetzt einfach mal habt ihr nochmals sowas gemacht gehabt nee wir hatten zu viel angst davor und diesen hund habt ihr auch nie wieder gesehen auch nicht rausgefunden wem dieser hund vermutlich gehört haben könnte im dorf oder so oder in der stadt also die also die eine die da gewohnt hat die mir dann auch geschrieben hat die hat ja dann im haus gewohnt die hat nur gesagt der nachbar hatte zwar einen hund aber keinen großen schwarzen und da würde da würde auch nicht über den über den zaun kommen oder sowas der da müsste sich ja noch buddeln oder sowas wäre aufgefallen dann sehr komisch sehr komisch wie ging es denn dann weiter da was wir reden jetzt davon dass du ungefähr 18 warst ja ja genau und dann wo ich dann so mit 20 war wir sind dann ja also von thüringen sind wir dann noch unter franken gezogen und dann bin ich dann halt mit meiner frau nach frankfurt und dann nach köln und dann war war schon also in frankfurt waren da schon so da haben mich ich war irgendwie auf arbeit ich war bei postbote damals mit 23 oder damit die hatten 19 20 23 habe bei der post gelernt und dann so immer meist richtungen da also da in der stadt ist es halt schlecht irgendwas zu sehen weil man sieht ja viele hochhäuser dann lichter oder dann auch lichter die nach in die wolken gehölle strahlen und und da kann man ja schlecht irgendwas erkennen oder so aber immer wenn wenn wir zum beispiel in thüringen zu besuch waren wo ich damals gewohnt habe dann wurde mir so richtig komisch auch also dieser berg den ich damals beschrieben hatte der der weist da war so eine art steinbruch und dieser steinbruch da da haben ja jetzt sind ja auch viele hin gepilgert weil weil da irgendwie keine ahnung die uhren falsch ging oder haben welche behauptet und ach keine ahnung und die haben gesagt ja da wird das abgebach christian entschuldige bitte kurz welcher berg von welchem berg reden wir da also der hieß damals was heißt der hieß damals da heißt heute noch frankenstein und das war was hat es mit diesem berg auf sich wegen den uhren das war da waren wir damals in so in so einem steinbruch ich weiß noch wo wir mit der schule da waren ich wusste damals also mit der ich da war ich in der ersten zweiten klasse muss es gewesen sein da waren wir mit der schule dort wandertag gemacht und und dann hat die da ist eine mit gelaufen die war auch so dass eine zweite klassenlehrerin kann man sagen die hat uns dann halt spannende geschichten erzählt ne von von irgendwelchen menschen die da aus dem berg kommen und so wie jetzt gehen also geil und und nachts eigentlich die so schlechte schlechte träume dann irgendwie hatten aber aber da war eine da die hat das wirklich fasziniert die hat doch gesagt da ist und so sie hat öfter damals schon schon sowieso ja man könnte jetzt sagen ufos gesehen die waren so sowieso paragleitschirm sahen die aus oder wie so ein fallschirm wenn der sich geöffnet hat so und und so ein hatte ich ja damals auch im in der kindheit kindheitserinnerung im traum weil ich ja dort war eigentlich und wo wir dann an diesen steinbruch war kam mir das so bekannt vor und wir sollen halt sollten halt bilder malen und und was wir da halt gesehen haben und was wir da halt gerade sehen und und dann war halt sozusagen ja da habe ich irgendwas auf mein blatt gemalt mit den dass ich mit dem weihnachtsmann da stand und 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 hatte deren gesagt wieso malst du mitten im juni ein weihnachtsmann und ja ich war mit dem hier habe ich mich irgendwie erinnert dran dran weil ich den baum gesehen habe ich habe die bäume gesehen und dann war halt dieses teil da dieses dieses paraglide ding ist da da irgendwie ja so eine ja so ein bisschen wie quale aber er hat es mich wirklich daran erinnert als wenn also ein fallschirm also wenn ein fallschirm aufgegangen ist nur okay okay dann wo waren wir stehen geblieben mit einer geschichte erzähl einfach mal weiter ja gut ja ich habe dann wo ich habe dann immer ich habe dann auch irgendwann angefangen stimmen zu hören die zu mir gesprochen haben und die haben halt dann immer weiter gesagt so ja so die haben wir dann irgendwelche koordinaten also irgendwelche zahlen gesagt und ich habe dann darauf richtig reagiert ich habe die aufgeschrieben ich habe gesagt irgendwo führen die hin und dann habe ich die mal mal irgendwie zusammengesetzt und dann google maps und sowas aber da wäre ich irgendwo im pazifik oder bei peru irgendwie rausgekommen und sowas und das kann ja irgendwie nicht sein und und dann habe ich halt irgendwann mal sie dann wieder gesehen und bin dann total panisch geworden die standen dann direkt vor mir und ich habe dann das war silvester 2011 zu 2012 waren dann war dann plötzlich alles da habe ich dann riesen panikattacke gekommen weil ich sie gesehen habe und dann haben die an deinem bett oder vor der tür oder das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt was die wo waren die ja also wir waren also die waren halt die waren halt irgendwie praktisch überall also und dann habe ich dann endlich mal gesagt ja ich müsste man nun noch mal zu einem zum arzt gehen vielleicht sind das ja halluzination oder so weil die immer gesagt haben das siehst du nur in deinem kopf das ist nicht wirklich und dann habe ich dann wirklich bin ich dann wirklich zum arzt gehören habe dann saumäßig starke medikamente bekommen also die dann gegen schizophränie halten und so aber aber diese sachen waren ja trotzdem da eine frage noch zu diesen koordinaten was du vorhin erzählt hast du sagst die wurden die durchgegeben wurden die dir mit durchgegeben zusammen mit irgendeiner botschaft oder wurden ja einfach nur die zahlen durch sein einfach nur zahlen und ich habe das dann halt hinein interpretiert dass es irgendwas zu bedeuten haben muss also es hat niemand gesagt schreibt mir das auf oder wir haben wir haben es für dich blablabla es kann man einfach nur diese zahlen und koordinaten ja du hast du hast das noch immer zeichnungen noch ich habe das damals auf auf das papier aus dem drucker genommen und habe die zahlen hat aufgeschrieben und habe die aneinander gelegt okay und das und da kam irgendwie so kauderwelsch also da da kam nie was richtiges raus das einzige was wirklich als koordinate war aber irgendwo mitten im pazifik zwischen zwischen australien und irgendwie also mindestens drei drei viertausend meter kilometer südlich von hawaii irgendwo mitten im pazifik war da irgendwas und dann und dann habe ich irgendwie doch wieder weiter gedreht dann kam ich irgendwo bei eupen raus und und gesagt naja gut das wäre das näherste glaube ich gewesen was man da da hingegangen wäre also dann ja sondern das war so eine talsperre oder so keine ahnung wo das war auf jeden fall im deutschsprachischen belgischen raum aber eine frage dazu noch hast du was in atlantik auch gehabt in der nähe der irischen insel ne das war pazifik dann das war pazifik dann ja also wo ich dann wo ich dann die das war das einzige wo halt die zahlen was ergeben hätten so ne und und ganz grob wäre dann halt das in helglin gewesen bei eupen halt irgendwo aber sonst ich habe halt nie irgendwie was rausbekommen deshalb so du hast dann also medikamente bekommen das drücken sollten diese vermeintlichen halluzinationen und wie ging es dann weiter ja wie bis jetzt auch also ich nehme seit seit mehreren jahren jetzt schon krasse psychopharmaka wo man aber das ist einfach nur zum da wird man halt wie ein roboter so aber dafür erfahren welche dafür erfahren welche also ich habe wenn du sagen willst das muss jetzt nicht aber wenn du sagen willst vielleicht kämme ich da etwas aus deswegen würde ich gerne wissen welche ja ich habe dieses haldol bekommen dieses haldol und dann gibt es noch was so siroquil heißt das genau und dann noch so das andere ist pipam baron oder wie das heißt ja also antidepressivum starkes ja und dann noch abilify heißt das genau ja es heißt keine benzodiazepine alles was du auf mir aufgezählt hast ist nicht das weiß ich war lange genug mit pharmazeutinen zusammen ich weiß dass was keines dieser medikamente was du mir drauf gezählt hast haldol ist natürlich eine bombe ja das darf ich mal sagt wird ja was nicht gewohnt ist alles klar aber keines dieser medikamente kann ja halluzinationen in diesem ausmaß auslösen das kann ich dir gleich sagen ja ja also dass die die sagen als ich habe ja auch dann immer erzählt dass ich dass ich das war dieses jahr oder letztes jahr war es ja so dass ich irgendwie aufgewacht bin an der decke geschwebt bin und aber und meine frau schlafen gesehen habe und dann ums bett hat standen so so diese kreaturen hat drumherum und und ich habe dann also das habe ich nur so in erinnerung bin dann halt auch wieder aufgewacht also klar kann man sagen du hast das alles nur geträumt du steigerst dich da rein und und aber irgendwie und dann habe ich halt mal ein erlebnis gehabt das war letztes jahr also 2020 war das es war schön warm draußen ich habe ich habe da gesessen und ich habe irgendwie das gefühl gehabt ich bin damals ich bin ins bett gegangen aber plötzlich saß ich wieder auf dem balkon und aus dem wald wir haben so eine so eine so eine kleine stadt hier und aus dem wald kam halt so ein licht und dieses licht hat mich wie wie reingezogen in den wald und ich habe richtig gesehen wie ich über uns im kirchturm weg geflogen bin ich hätte ihn berühren können so so doof war das na und und dann habe ich halt dann 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 umgeben die mich halt wieder und das hat dieses hell licht da wieder und umgeben mich halt und 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 sagen aber erst mal so ein bisschen arabisch ich habe das mal gegoogelt weil die haben die ganze zeit gesagt inshallah und und ich habe so gesagt inshallah ich habe das die eingegeben in google und dann stand da wirklich so so gott will oder wie das heißt und und sie haben auch gesagt für manche sind wir örtlich wir kommen von woanders her und keine ahnung und sozusagen wir als wenn sie mir sagen wollen sie sind schon seit der seit 1990 bei mir also du sagst ja auch dass diese kreaturen du sagst du hast vorhin hast du erzählt dass du dich hast schweben du bist geschwebt und hast du unter dir deine frau beobachten im bett vermutlich ja um dieses bett herum standen kreaturen genau über die all die jahre seit du sieben bis ins erste mal was gesehen hast wann es auch immer dieselben kreaturen wenn ich das richtig genau genau waren immer diese pinguine oder diese weihnachtsmann oder sie sie waren dann also umso älter ich wurde umso mehr haben sie sich halt gezeigt wie sie es wirklich sind okay ja ich auch logisch dass das kind schützt man erwachsen ist sollte damit umgehen können wie ist das stadt der dinge denn jetzt also seit letztes jahr habe ich nichts mehr weiter erlebt also da sozusagen ich sehe immer ich habe ja auch jedes mal versucht wenn ich draußen sitze auf dem balkon versuche ich ja immer irgendwas einzufangen so lichter und so klar sieht man mal so ein so ein satelliten oder jetzt von elon must der hat doch diese spacex satelliten die ganze zeit oder auch immer gesagt habe ich habe ufo gesehen und der hat halt hintereinander fliegen und so und information und sowas aber das weiß ich ja mittlerweile aber diese diese dreiecks dinger die dann zusammen gehen und wieder auseinander und ich weiß noch wie wir damals an so einem ja da war ich mitte 20 da waren wir an so einem see und dieser see es war bei der zugspitze ich weiß nicht ob es der eibsee war also man hat die zugspitze auf jeden fall gesehen und dieses und dann kamen wir haben am lagerfeuer gesessen und da kam halt dieses auch in unseren stern sagen wir mal so ein stern runter auf die see ebene und hat er da verharrt also sehr lange sogar also sagen wir mal 20 minuten oder so welcher see war das das war das müsste der dieser eibsee gewesen sein da war so ein haus in der mitte drin haben sie sind so ein see wie so eine kleine hütte oder so was das war in der insel drinnen ja ja es ist halt immer so dass man leicht sagen kann ja das ist ja das nicht ja eben eben wo er hörte dem zu ja also die psychiaterin der psychologin sitzt in deutschland sagt er schreibt das alles nieder dann reden wir mal wieder drüber und so und dafür sind die menschen wie der daniel da oder ich da oder warum man auch und andere ufologen also auch im deutschsprachigen raum gibt es ansprechpartner und das finde ich echt toll dass du so offen warst und ich verstehe auch jetzt viel mehr was du da erlebt hast wenn ich das jetzt ganz kurz für mich revue passieren darf hast du diesen weihnachtsmann gesehen weil dir jemand einen schutzmechanismus geben wollte dann sagt dein gehirn ich glaube eher dass es die wesen sind die sagten ja er ist noch nicht bereit dann kam eben dieses vogelwesen ja aber schon dunkler war mit den augen mit dieser welt mit weiß schwarz ja und dann später eben die längeren finger von schon und weihnachtsmann und dann später eben die kreaturen selber also das ist also diese intelligenten wesen ja wenn sie wenn sie überhaupt leben also wenn es nicht bioroboter sind oder sonst was ich hätte nur noch eine frage die können auch schon öffnen ist dann schön wie sehr hat das dein leben beeinflusst und glaubst du bist du da irgendwo auserwählt und welche blutgruppe hast du das würde mich auch interessieren weil es jetzt weiß also ich habe keine bestimmte blutgruppe wo ich jetzt sagen würde ich bin sowas von 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 unnormal oder sowas überhaupt nicht also null null negativ das war es nicht also ich habe auch nicht gewusst warum warum ausgerechnet die da sind warum mich ausgerechnet so 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.